ist dein kopf ab haben dich getötet wie gesagt dass ich habe versucht mich gegen dainton zu wehren und habe daneben geschlagen ich bin halt nun mal nicht doch nicht der beste alter das leck des todes hier kämpft ihr oder was ja ich tue gerade den könig erwartet doch bis mit dem kämpfen auf mich er hat der hat mich einfach angegriffen die ist den könig zu töten okay das lädt bei mir aber nicht man das gibt es nicht das ist so heftig der server wenn es nicht so lecken würde deckt es bei dir genauso ja ja das ist den trifft man nicht da ist was haben die mich schon getötet nicht gleich jetzt ganz ruhig lässt du bitte mein zeug da kann gerade das ist so richtig scheiße ja ich weiß auch nicht bei mir ist der herr so janik in der luftfrei rum geflogen und hatte bei mir nichts in der hand und ach keine ahnung das war etwas seltsam haben die euch getötet ja warte warte mal kurz ruhig jetzt bitte okay darf ich fragen wo sein leichnam ist die haben mich schon gelootert ihre gemahlin ja na gut mein kodex schreibt es leider vor dass ich mich dafür jetzt rechnen muss ich würde aber ganz gerne einen zweikampf gegen herr janik führen weil wenn das für sie in einem vereinbar wäre vereinbar ach du scheiße machbar wer denn er hat lügen über mich verbreitet er ist ein ketzer wissen sie und ich würde ganz gerne nach ihm zum zweikampf heraus er entschuldigt sich gerade dass er gott modus an hatte und seine freundin auch echt? ja guck doch im chat oder was? ja lol das war ja nicht ja der... ich mach keinen scheiß und dies auch die wahrheit war dies war keine wahrheit mir wurde es zu machen also ich fordere sie jetzt hier zum zweikampf heraus ha dann werde ich aber nicht annehmen weil ich keine lügen verbreitet habe doch haben sie ich werde sie jetzt angreifen und töten weil sie ich komm gleich wieder irgendwie verbreitet haben lol halt echt so hat er ja schon wieder gott modus an ich mach ihm keinen schaden ist das unfair man so fair ne sie reden ziemlich leise warum hat der gott modus an? er hat keinen gott modus an? nein so janik ich würde sie jetzt einmal kurz treten um zu schauen ob sie wirklich gott modus an haben na gut dann können wir unser duel weitermachen so janik wo rennt sie denn hin? ich werde nicht gegen sie kämpfen ich werde nicht gegen sie kämpfen dass sie mich jetzt hier zweimal als Taker bezeichnen aber dann suchen sie sich einmal den Gegner gut dann werde ich mich am König und ihrem Gefolgschaft rechnen los dann fangen wir mal mit dem hier an oder mit ihr hier ich werde sie jetzt exekutieren weil ihre Gilde liegen bei mich verbreitet Herr Janik kommen sie doch jetzt raus und stellen sie sich hier im Zweikampf mein gott wolltet ihr nochmal meine gemälen schlagen? ich möchte jetzt gegen Herr Janik einen Zweikampf führen er soll sich nicht so anstellen erst nachdem ich ihm hier den Kopf versucht habe dann wegzurennen wie ein kleines Weichei kommen sie Herr Janik wie bereits gesagt ich werde nicht gegen so einen Idioten kämpfen Idioten? ok na gut dann machen wir jetzt hier weiter mit ihnen sie wollen sie ja man kämpft jetzt halt gegen sie sind sie bereit? ja hast du ihn getötet? ja aber fast kämpfst du gegen ihn grad noch? ach ja das nennen sie einen fairen Zweikampf mein gott du hast du deine Rüstung wieder bekommen?